So, herzlich willkommen bei meinem, ja, erste Staffel Minecraft, würde ich sagen, ganz neu, Minecraft 1.8.8, selbst schnell ein Server, ja, erstellt, sage ich mal so. Und, äh, wir geben uns hinein. Ähm, ja, es ist wieder schön, ein Minecraft-Spieler zu sein und, äh, diesmal sollten keine Probleme geben und uns erwartet, oder mich erwartet, eine Reihe von Gastspielern. Kann ich jetzt noch nicht nennen, das ist, boah, ähm, ja, so, so random, dass ich das selbst noch gar nicht so wirklich weiß. Ähm, ja, nun sollte ich eigentlich heute schon zuerst falsch spielen, aber leider muss ich alleine anfangen und alleine ist es immer langweilig, man weiß nicht, was man sagen soll. Und, ähm, puh, das schlaucht dann ein wenig, dann verlassen einen die Zuschauer, wobei ich es nicht darauf abgesehen habe, jetzt total populär zu werden. Ähm, mir würde schon reichen, wenn, ja, ein paar Klicks, warum nicht, ne? Und, äh, vielleicht kommen Leute, ich poste da gerne, äh, unser Matschi-Netzwerk und, äh, beziehungsweise mein Kontakt-Mail oder Kontakt-Sky im Vierrupa. Das wird vielleicht alles in der Artikelbeschreibung gepackt. Ähm, vielleicht sieht man ja den einen oder den anderen, äh, Superplayer, der vielleicht da Interesse hat oder so. Wie man sieht, bin ich jetzt das erste Mal übrigens auf einer Schneehälfte. Ähm, ja, gespawnt, gestartet. So, ähm, ich bin sehr überrascht. Ähm, und, ja, ja, also hab ich mir gedacht, ich baue einfach mal drauf los oder so. Äh, oder ich, äh, werde mir so die Grund, das sieht mir irgendwie voll nicht mehr so nett aus, einfach. Maybe, maybe. Oh. Jetzt wäre es im Sinn und los. Das ist doch mal ganz chillig hier. Ähm, ich hab auch gleich Kohle, würde ich sagen. Ich hab hier schon meine, ja, hier wird meine Superbude. Ähm, ja. Ich frag mich, wie die Leute das machen, indem aufnehmen und gleichzeitig kann man sagen, ich tue es mir da ein bisschen schwer mit, muss ich sagen. Ähm, vielleicht kommt das mit der Zeit, wer weiß, maybe. Äh, und, ähm, ja. Ich hoffe, das ist diesmal reibungslos, ohne Abstürze, ohne Weltverlust und so. Weil in den letzten vergangenen Tagen hab ich wirklich, äh, einfach so die, äh, äh, ja, ist die Welt gecrashed, kann man sagen. Ich hab schon öfters angefangen, aber dann, Weltcrash, Weltcrash, dann konnte ich mich nicht mehr einloggen und so weiter. Diese Standardprobleme, ja, ähm, ja. Was gibt es sonst noch zu erzählen oder zu sagen? Es ist sehr mühsam, muss ich sagen. Ähm, aber ich wollte eigentlich mal rumreißen. Ja, also, davon würde ich, äh, da hatte ich geplant, ähm, einfach mal, ähm, einfach mal, so die Grunddinger. Und einfach mal so ein Safehouse basteln oder so, ich weiß ja nicht, das ist sehr, sehr, gewagt auch, sage ich das mal so hübschig. Ähm, hier oben zu. Aber wenigstens kann mich hier kein Zombie killen oder so, ey, so, so Creeper, ey. Die sind echt. Ja, eigentlich wollte ich ja ohne Mond ein Zombie spielen und so, aber, hey, wo bleibt denn da der Spaß, hab ich mir dann gedacht. Äh, und, ähm, ja. Es ist sehr ungewohnt auch, ähm, muss ich sagen. Ich bin nicht mehr so der Alltschnellste, wahrscheinlich liegt das am Alter, ich bin schon sehr, sehr alt. Ich hab graue Haare, nee, eigentlich nicht. Eigentlich eher ein ganzer Haar ausfall, Stress. Ähm. Ja. So, ähm, wenn ich hier diese Plattform oben gebaut habe, um mich zu saven, hab ich mir überlegt, ich buddel mich einfach mal in den Berg hinein, also unter mir. Nicht den Berg, sondern einfach mal hier so reinspringen. Hm. Und dann runtertauchen und dann mal gucken, was ich so, ja, was ich wollte jetzt fragen. Ähm. So, mal gucken, was hier oben ist. Hier oben ist nichts, ne? Hm, das ist ja dubiose Sache. Das Holz brauche ich noch für später. Oh, oh, oh. So, genau, zwei Stück, super. Ähm. Da hinten haben wir auch schon, da sehe ich ganz viel Glas im übertragenen Sinne. Oh, warum kann ich bis dahinten nicht gucken? Ich muss mir das mal so ein wenig hinstellen. Normalerweise kann ich... Normalerweise kann ich doch eigentlich weitersehen. Ah, sehr dubios, sehr dubios, sehr dubios. Es geht echt nur bis 32. Maximal Bildrate, kann ich auch ein bisschen mehr machen. Uh, uh. Bauen wir 160, das ist schon toll. Helligkeit war, passt schon. Ja. Jo, dann würde ich sagen, ich baue mal ein bisschen Kohle mäßig. Ich brauche Kohle, Kohle. Der Ohne, Ohne, Kohle wollte ich gerade sagen. So. So. Steinen brauche ich auch. Ich brauche ihn noch mal ein bisschen weiter nach. Ja, wir können ja so die Erfahrungen mit Minecraftposten oder Vorschlägen oder sowas. Ich weiß nicht, wie sich das so verhält. Ich würde sagen, das ist einer der ältesten aktuellen noch gespielten Spiele. Es findet ja von Let's Play Store im längsten. Aber ich habe mir gedacht, ich mache dann mit was raus. Oder nicht. Ähm. Was weiß ich dann nicht? Mal gucken. Vielleicht hat man ja Potenzial für dieses, äh, ja, für dieses Let's Play, sag ich mal so. Ich habe vor, äh, die erste Staffel besteht aus, ich weiß noch nicht, wieviel folgen. Aber so die Länge sollten immer so 20 Minuten sein, damit die Aufnahmen nicht ganz so groß werden. Ähm. Und ich hoffe, das kommt auch einigermaßen alle so rüber und diesmal, dass es auch mein Ton aufzeichnet, ne? Nicht, dass ich wieder so total brillant bin und alles spiele und dann eine Special-Folge mache von über eine Stunde. Und dann merke ich dann zu spät, äh, bei dem Bearbeitungsbuch, wo es der Ton. Kann passieren. Ja, ich brauche hier auch noch ein bisschen, hm, ein bisschen ist gut. Ich brauche auch ein, eine, so eine doofe Axt hier, so ein doofes Dings, Dings. Ja, so ein Dings, Dings. So, meine Fresse, Alter. Oh. Ernsthaft? Wahnsinn, passt. Ganze, Ganze vier Stück, ey. Wow. Ist ja brillant, ey. So. So. Na, komm. Jo. Oh, Alter. Das war so fackvoll ab, ey. So, mal Bäumchen pflanzen. Ja, und dann habe ich mir so überlegt. Ähm. Vielleicht. Wollen wir noch mehr? Ne, das brauche ich nicht. Ohne Worte. Ohne Worte. Äh, ich brauche noch eine Axt. Das brauche ich auch noch eine Axt. Ist wichtig, eine Axt. Axt ist wichtig. Ja. Wenn ich doch noch mal so ein Ding hätte, ne? So. Dann würde ich mal gucken, ob ich noch ein bisschen steigholzen kann. Ja. Da habe ich mir überlegt, Diamanten auf jeden Fall zu suchen. Also wenn ich jetzt auch noch runtergehe, in der nächsten Folge, würde das aber sein, denke ich mal. Äh, dann werde ich auf jeden Fall nach Diamanten suchen. Und vorher häusle ich mir noch ein bisschen Bäume ab, damit ich, ich brauche unbedingt Leiter. Also Leiter ohne wer, was ich eins gelernt habe, ist ein paar Leiter zu machen, damit man einfach mal wieder hochkommt. Und dann ganz schnell auf die Versorgung arbeiten und Essen immer brav mitnehmen und so. Und wenn so gebratene Fische sind. Los. Los. Mal gucken. Und wenn ich hier, jetzt wird es ziemlich duster. Es wird duster. Ich lag einfach. Was ist denn jetzt nicht? Diese Knüppelkörner. So, dann würde ich sagen, äh, ich mache so ein bisschen, das sieht zwar letztendlich aus, äh, im ersteren Sinne, aber... So. Das... Oh, nein. So, ganz rund läuft das auch nicht, würde ich sagen. Ich könnte mal hell machen, aber ich warte lieber, bis das hell wird, denke ich mal. Ich setze mich keine Lust irgendwie. Genau. So. Hier kommen wir mal ein wenig Leuchtdinger hin. Vorab. Das wird natürlich dann ein bisschen... So. Ähm, da war ich, da war ich. Da könnte ich jetzt rein in den Dings eigentlich. Ähm, dann holt sich... Ich brauche mir mal eine Treppe. Ich brauche eine Treppe. Treppe. Ich brauche mehr Stein. Richtig, richtig. Ich brauche mehr Stein. Ähm, dann würde ich sagen, hier gehe ich runter. Dann kann ich mich schon mal abwüllen. Dann... 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 Boah, das ist doch aus Planen. Ich bräuchte diese... Jo, genau. Ja, das ist total cool. Bis jetzt jedenfalls. Keine Auffälligkeiten. Ach, und die Kravik ist mal wieder geil. Nein. Da kann ich mal alles haben. So. Ja. Genau, so. Und jetzt brauche ich die... Dann habe ich mir jetzt schon mal eine Treppe. Das sieht total bescheiden. Ach, das ist ohne Schalz. Ah. So. Ich brauche eine Kiste, ne? Ah, ja, habe ich aber schon gemerkt. Eine Kiste. Ich mache jetzt zwei oder drei. Nee. Eine Kiste hier hin. So. So. Puh. Hm. Hm? Hm. Hm. Das ist kompliciert. Ich hatte das ein wenig einfacher, ne? Und schon nach 10 Minuten, 13 Minuten, du mir verlieren, ey. Gibt's ja gar nicht. Scheißgekriege. So. Ja. Das ist schon mal eine Treppe. Das ist schon mal super duer Glauben. Wahnsinn. Ich mache Fortschritte. Ach, hm. So. Ähm. Ich gucke mal. So, das hier so. Genau. Und, äh. Warum nicht? Na, so. Jetzt ist mein Ding kaputt gegangen. Oh, das ist doch der Glück. Ist doch, ey. Bis ich hier was erreicht habe, ich denke mal, Staffel 1 von meinen Let's Days, die, wenn ich Pech habe, gehen wir es weiter an. Ob ich jeden Tag eine mache, weiß ich nicht, das wird ein bisschen eng. Ach, ja. Aber, es gibt ja nichts, um sich nach so einem Uhr die Texte zu vertreiben. So. Ja, total toll, ne? Also, irgendwie, vielleicht liegt es auch mal in einem hart her, dass es irgendwie ging gut oder so, keine Ahnung, ey, das ist dubios, ey. Schatz, wieder alles doof. Ah, nein, nach dem PC lief alles super toll, und dann musste ich mehr das neue Kuchen. Pech gehabt, das sag ich mal dazu. So. Ja, das ist alles super. Äh, hier unten ist doch noch mal, oh, das schwarze Gold. Das schwarze Gold. Genau. Schwarzgold. Das schwarze Gold. Oh, das geht fast nichts noch. Man kann sich auch noch oder anders machen. Ich weiß, oh, nein. So, jetzt bin ich wieder gezwungen. Ah, was ist das für eine Scheißschrift. Das ist eine sehr, sehr lästige Sache, muss ich sagen. Mit diesen Hacken. Echt geil. Das nervt voll. Da weiß ich jetzt schon, was mich total ab ankotzt, ey. Naja, aber wie geil. So. Lü, 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 lü. Da dachte ich, finde ich auch mal ein wenig, äh, Erz. Also Eisen. Eisen, Erz. Wie auch immer. Ich hab das doch. Das liegt schon ja komisch. Was für ein Rons, ey. Was für ein Rons. So. Wahnsinn. Hab ich das auch? So kann ich, soll ich das mal wagen? Ich still mal. Mal gucken, was hier einfach abgeht. Oh, oh. Ah, okay. Sehe ich noch was? Oh, shit. Das ist jetzt mal echt bescheuert. Doof gelaufen. Hätte ja sein können. Ein Verzauberungstranken kann ich... Oh, der Luxus von dem alten Spiel. Es ist alles weg. Ähm, Hunger. Oben wächst ja mein Dings. Oben wächst mein... Ich brauch auf... Dann mach ich jetzt nur noch einen auf Holz. Ich hol mir jetzt ganz viel Holz. Und chill dabei. Ehrlich. Gibt's gar nicht. Das ist sehr ungewohnt, sag ich euch. Oh, schön, dass ich Holz erzielen habe. So, hier das Holz hab ich noch. Jetzt geht's ab zum nächsten Baum. Oh, nein, die Creeper. Scheiße, und da ist so ein Pfeil- und Bogen-Typ. Scheiße. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Okay. Ich muss jetzt irgendwie an Essen kommen. So. Äpfel sind wohl gerade aus. Shit. So hab ich mir das nicht vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Gut. Scheiße, jetzt hat er mich gesehen, halt der Freak. Scheiße. Hey, meine Güte. Verdammt. Okay. Shit, ey. Shit, ey. Das ist jetzt echt doof. Ja, wie komm ich jetzt an Energie? Verdammt. Wie komm ich an Energie? Ich hab ja auch noch nisch gesammelt. Ich könnt mich eigentlich nur auf diese Dings verlassen. So Bäume pflanzen dran. Das ist jetzt echt lustig. Total lustig. Ich lach mich kaputt. Aha. Aha. Hab ich ein bisschen Erde mit? Ich hab... Mach einfach meine Erde hier. Ich hab Erde? Wahnsinn. Da hab ich voll die Idee. Denk ich. Das ist unglaublich, was ich jetzt hier für Ideen hab. Ah, groß, voll flüssige Geld. Ich meine, das... So. Das heißt, ich kann nicht hier... So. Jetzt wachst. Wachst. Husch. Husch. Will wohl nicht. Scheiße. Ja. So. Aber. Dann muss ich wohl in der nächsten Folge überlegen, wie ich am besten an Essen, an Futter komme, ohne dabei drauf zu gehen. Weil ich hab jetzt nicht dauernd Lust, irgendwie hier neun Folgen zu machen. Die versteht sich ja von selber. Bestimmt schon zigtausendmal angefangen, ey. Ärgerlich. Das nächste Mal nämlich vorher ein bisschen. Naja, egal. Hörte ich und wenn nicht doch... Das ist alles so eine uninteressante Überlegerei. Ja, es ist jetzt eine kleine Low-Folge gewesen. Nicht viel aufregend oder so. Ähm, aber... Ähm, ja. Ich freu mich vielleicht auf die nächste Folge. Vielleicht krieg ich da schon Gastspieler. Äh, und... Ähm, ja. Wir wollen mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Jeden Tag ein wenig. Und dann bedanke ich mich. Und, ähm... Joa, dann klickt, liked und... Was man sonst noch so tut. Kommentare auch gerne. Aber bitte nur Positives, Negative... Negatives wird nicht geduldet und akzeptiert. Ich meine... Ne? Versteht sich ja von selber. Die Welt ist voller Negative. Äh, nein. So, okay. Wie gesagt... Oh, geil. Ein Baum, Baum. Komm, gehen hoch und noch. Oh. Es ist auch sehr mühsam. Wahnsinn. Erst wo ich grad gehen wollte. Aber... Ne, den lasse ich erst mal stehen. Den holt sich dazu... Den... In der nächsten Folge. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Äh, beim Zuschauen. Und... Äh... Wir... Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschülü.